Lektion 2 Mein erster Sound In diesem Tutorial werden wir die Objekte vorstellen, die für die Verwaltung von Audiosignalen verantwortlich sind. In Pure Data gibt es zwei große Kategorien von Objekten. Diejenigen, die für die Verwaltung der Audiosignale und damit des Tons verantwortlich sind und diejenigen, die für die Steuerung von Nachrichten verantwortlich sind, also Zahlen, Symbole und Listen. Was ist der Unterschied zwischen ihnen? Die Audioobjekte haben immer Vorrang vor den anderen und sie sind immer am Rechnern, auch wenn wir sie nicht hören können. Darüber hinaus sind sie sehr schnell und reaktiv, um ein Sample mit Abtastfrequenz zu produzieren, also in der Regel mit 44.100 Malen pro Sekunde. Die Kontrollnachrichtenobjekte, wie sie zum Beispiel zum Einstellen der Frequenz eines Oszillators oder zum Einstellen der Lautstärke erforderlich sind, haben stattdessen eine niedrigere Priorität. Sie berechnen ein Ergebnis nur dann, wenn sie etwas als Eingabe erhalten oder mit anderen Worten, wenn wir sie explizit bitten, etwas zu berechnen, wie wir es mit dem Bang im vorherigen Tutorial getan haben. Wenn ich Pure Data öffne, funktionieren Steuerelementmeldungen standardmäßig. Die Audioobjekte funktionieren stattdessen nur, wenn ich das Audioengine einschalte, indem ich das Kontrollkästchen im Fenster Log setze. Jetzt ist das Engine aktiv. DSP steht für Digital Signal Processing und alles an Audiosignalen, das sie bereits innerhalb eines offenen Patches getan haben, wird beginnen zu spielen. Lassen Sie uns dann einen leeren Patch öffnen und ich werde Ihnen zeigen, welche die Schritte sind, um Geräusche aus einem Patch zu bekommen. Alle Patches, die ich Ihnen während dieser Serie zeigen werde, werden als didaktische Ressource bereitgestellt. Ich schlage Ihnen dennoch vor, mir Schritt für Schritt zu folgen und zu versuchen, den Patch zu reproduzieren, um mit Pure Data vertraut zu werden. Das erste, was wir brauchen, ist ein Objekt, das in der Lage ist, einen periodischen Kurvenverlauf und damit einen Sound zu erzeugen. Der Name dieser Art von Objekten ist Oszillator. Wir wollen nun die einfachste Art einer periodischen Funktion erzeugen, eine sinusförmige Welle. Dazu geben wir Ctrl-1 oder Command-1 ein, um ein neues Objekt zu erstellen. Und innerhalb des Objekts geben wir OSC-Tilde ein. Seien Sie vorsichtig, da alle Audioobjekte als letztes Zeichen eine Tilde haben. Wie ich bereits sagte, auch wenn wir unseren Oszillator noch nicht hören können, funktioniert er eigentlich schon. Also was müssen wir tun, um ihn zu hören? Nur wenige Schritte. Zuerst müssen wir eine Frequenz für unsere Oszillation einstellen, um zu oszillieren. Und es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Eine ist die Eingabe der Frequenz innerhalb des Objekts. Und so wird die Frequenz zum Argument unseres Oszillators. Der Nachteil dabei ist, dass die Frequenz jetzt festgelegt ist und nicht geändert werden kann. Die zweite Möglichkeit, die Frequenz einzustellen, besteht darin, eine Numberbox mit Ctrl-3 oder Command-3 zu erstellen und damit die Frequenz dynamisch über den ersten Eingang des Oszillators einzustellen. Auf diese Weise können wir die Frequenz ändern. Die Zahl, die wir als Argument im Oszillator eingegeben haben, wurde durch die Zahl überschrieben, die wir aus der Numberbox gesetzt haben. Der Oszillator interpretiert die eingehende Zahl als Hertzwert. Das bedeutet, dass es nun auf ein A der vierten Oktave eines Klaviers oszillieren soll, was 440 Hertz entspricht. Wir brauchen jetzt ein weiteres Objekt, das es uns ermöglicht, das Signal auf unserer Soundkarte auszugeben. Der Name dieses Objekts ist DAC-Tilde, wobei DAC für Digital-to-Analog-Converter steht. Wenn ich dann jetzt eine Verbindungslinie vom Oszillator nach links zum DAC-Eingang ziehe, höre ich eine sinusförmige Welle auf dem linken Kanal. Und wenn ich dasselbe für den anderen DAC-Eingang tue, höre ich die Sinuswelle auch auf dem rechten Kanal. Lassen Sie uns die Verbindung wieder trennen, denn wir müssen die Lautstärke anpassen. Um ein Patchcord zu lösen, gehen Sie einfach darüber, bis der Cursor zu einem X-Wert und klicken Sie darauf. Nachdem sie nun hervorgehoben wurde, können Sie sie mit der Entferntaste löschen. Die Lautstärke war zu hoch, also müssen wir eine Lautstärkeregelung implementieren. Wie können wir das tun? Es ist wirklich einfach. Was wir tun müssen ist, alle Samples, die aus unserem Oszillator kommen, um einen Faktor zu multiplizieren, der kleiner als 1 ist. Denn wenn ich die Samples mit 1 multipliziere, würde ich keine Änderungen in der Lautstärke bekommen. Aber wenn ich sie mit 0,5 multiplizieren würde, würde ich die Lautstärke halbieren. Also lassen Sie uns dies tun. Wie Sie sehen können, habe ich das Multiplikationssymbol plus die Tilde eingegeben, weil wir ein Audiosignal und keine Zahl multiplizieren möchten. Da wir jetzt mit 0 multiplizieren, hören wir immer noch keinen Ton. Aber lassen Sie uns eine Numberbox hinzufügen, um eine gewisse Kontrolle über die Multiplikation zu erhalten. Wenn ich jetzt 0,2 eingebe, höre ich 20% der ursprünglichen Lautstärke. Wenn ich über 1 gehe, bekomme ich ein verzerrtes Signal. Und im Moment ist es besser, dies zu vermeiden. Außerdem kann ich die Frequenz verändern, um alle Noten zu bekommen, die ich möchte. Als allerletzte Sache werden wir sehen, wie wir ein grafisches Feedback der Funktion erhalten können, die wir produzieren. Was immer die beste Vorgehensweise ist. Dazu brauchen wir noch ein paar Objekte. Als erstes müssen wir ein neues Objekt erstellen und geben TabRightTilde ein und geben ihm einen Argumentnamen, zum Beispiel TestWave. Die Idee ist, dieses Objekt zu verwenden, um die Werte unserer Samples zu schreiben, die zwischen minus 1 und 1 mit einer bestimmten Rate oszillieren, die wir einem Array oder einer Tabelle zugewiesen haben, sodass wir sie als eine Form betrachten können. Wir brauchen auch einen Bang, der mit dem TabRight-Eingang verbunden ist, um dem TabRight zu sagen, wann es die Werte zu schreiben hat. Dann müssen wir den TabRight-Eingang an den Ausgang unserer Lautstärkregelung anschließen. Zuletzt brauchen wir eine Tabelle, um unsere Strichprobenwerte zu visualisieren. Gehen Sie einfach mit Rechtsklick auf TabRight und wählen Sie Hilfe, um den Hilfe-Patch verfügbar zu machen. Gehen wir in den Bearbeitungsmodus mit Ctrl-E, Command-E und wir wählen die Tabelle auf der rechten Seite mit dem Namen Array99 aus und kopieren sie mit Ctrl-C, Command-C. Wir können den Hilfe-Patch schließen und die Tabelle mit Ctrl-V, Command-V in unseren Patch einfügen. Machen Sie einen Rechtsklick darauf und wählen Sie Properties. Dann ändern wir im Fenster Array-Eigenschaften den Namen so, dass er dem entspricht, den wir als Argument des TabRight-Objects zugewiesen haben. Lassen Sie uns die Lautstärke einschalten und eine neue Frequenz einstellen. Jetzt, indem wir auf den Bang klicken, können wir ein grafisches Feedback erhalten. In den nächsten Videos werden wir sehen, wie einige dieser Prozesse automatisiert werden können. Vielen Dank.